Gustav Renner war bestimmt die beste Kraft am Oldenburger Stadttheater. Alle kannten seine weiße Weste, alle kannten ihn als Heldenvater, alle lobten ihn, sogar die Kenner. Und die Damen fanden ihn sogar noch schlank. Schade war nur, dass sich Gustav Renner, wenn er Geld besaß, enorm betrank. Eines Abends, als man Hamlet gab, spielte er den Geist von Hamlets Vater. Er kam betrogen aus dem Grab. Und was man nur Dummes tun kann, tat er. Hamlet war aufs Äußerste bestürzt, denn der Geist fiel aus der Rolle und die Szene wurde abgekürzt. Renner fragte, was man von ihm wolle. Man versuchte hinter den Kulissen, ihn von seinem Rausche zu befreien, legte ihn lang hin und gab ihm Kissen. Und dabei schlief Gustav Renner ein. Die Kollegen spielten nun exakt, weil er schlief und sie nicht weiter störte, doch er kam. Und zwar im nächsten Akt, wo er absolut nicht hingehörte. Seine Gattin trat auf den Fuß, seinem Sohn zerbrach er das Florett und er tanzte mit Ophelia Blues und den König Schmesser ins Parkett. Alle zitterten und rissen aus. Doch dem Publikum war das egal. So etwas von donnerndem Applaus gab es in Oldenburg zum ersten Mal. Und die meisten Oldenburger fanden, endlich hätten sie das Stück verstanden. Genau. Vielen Dank.